Hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du willst wissen, wer genau ich bin, was ich auf meinem Kanal mache. Das erfährst du nach dem Intro. Also, gut, dass du noch dran bist. Ich bin Danny Craft und möchte YouTube aus Leidenschaft machen. Dann die nächste Frage, was will ich machen? Gameplay. Ich möchte Gameplay machen, um es dir zu erleichtern, mein Spiel zu finden, das dir gefällt oder dir einfach nur ein kleiner Zeitvertreib sein. Ich mache YouTube aus Leidenschaft und werde deswegen auch nicht groß etwas durch Abonnentendrohungen oder so verändern. Das heißt, wenn du meinst, du müsstest einfach nur sagen, ja, wenn du das nicht machst, dann werde ich dich deabonnieren. Das bringt bei mir nichts. Ich möchte YouTube aus Leidenschaft machen. Ich bin, zumal ich bin ja in Minecraft, ich bin kein PvP Pro. Und ich finde, das ist auch gar nicht schlimm. Man sollte auf YouTube nicht immer nur seine gute Seite zeigen, sondern man sollte auch zeigen, was man auch nicht kann. Das finde ich ist ganz... Das sollte jeder YouTuber eigentlich mehr machen. Sollte zeigen, wie er fällt. Aber ich werde natürlich versuchen, das Beste in einem Video für euch zu machen. Dann, was gibt es noch? Ja, ihr könnt mich über Paypal unterstützen. Das müsst ihr aber nicht. Das ist allerdings freiwillig. Aber wenn ihr sagt, ja, ich spiele nochmal dieses Spiel. Und ich sage, okay, ich habe mir dieses Spiel angeguckt. Ich werde es spielen. Dann könnt ihr... Und ich sage, ja, gut, ich möchte jetzt vielleicht, dass ihr das mehr spielt. Ihr könnt auch dann eine Message eingeben. Ich werde dieses Geld nicht dafür verwenden, damit ich mir irgendwelche... Damit ich reich werden kann. Damit ich... Ja. Sondern ich werde das Geld dafür verwenden, euch ein besseres Spiele-Erlebnis zu bieten. Euch... Damit ich mit mir irgendwann eine Facecam... Dass ich irgendwann mal eine Facecam habe. Dass ich besseres Sound... Besseres Sound-Equipment habe als von Computer. Oder auch neue Spiele kaufen. Das will ich mir von diesem Geld, das ich mir das verkaufen. Und zwar werde ich berufen, auf wirklich jede einzelne Spende im nächsten Video zu erwähnen. Was gut sein sollte, es tut mir leid. Aber ja, so viel dazu zu spenden. Dann, ich nutze Labymod. Ich habe doch auch einen Link, wenn ihr darüber etwas bei Labymod kauft, erhalte ich 5% des Kaufpreises als Labymod-Coins. Und das heißt, ihr könnt mich damit somit auch nicht unterstützen, ohne einen einzigen Cent bezahlen zu müssen an mich. Und ihr kauft euch das bei Labymod. Einen Link, die findet ihr in meiner Kanalbeschreibung. Einfach im Browser öffnen. Ja. Dann, es wird auch Events geben, wo ich mal mit euch zusammen irgendwas spielen werde. Also ja. Zum Beispiel irgendetwas oder so. Oder dort ist es euch unter anderem auch erlaubt, Aufnahmen zu machen. Von mir, von dem Gameplay mit mir. Und mein ganz großes Ziel, was ich gerne haben würde, wäre ein eigener Minecraft-Server. Der kostet jetzt auch Geld, deswegen werden die das alle aktuell noch nicht machen. Aber wer weiß, wie lange es noch dauern wird. Die Server-IP wird dann bekannt gegeben. Und natürlich, wie immer, jetzt werden Zuschauer von mir, werden, also als allererstes werden Freunde von mir, die Möglichkeit bekommen, wenn ich diesen Minecraft-Server dann habe, ins Team beizutreten. Und aber natürlich auch ihr als Zuschauer. Ja. Mein Ziel habe ich ins Auge gefasst. So bei, ja, wenn wir es schaffen, 100, 100, 1000 Abonnenten, würde ich jetzt einfach mal sagen, schaffen. Dann werde ich probieren, einen Minecraft-Server aufzumachen. So. Das war es mit der kurzen Kanal-Info über mich. Und es würde mich extrem freuen, wenn du auch öfters bei meinen Videos mal einschalten würdest. Ansonsten, wenn du es nicht tun willst, deine Entscheidung. Wie gesagt, ich mache YouTube aus Spaß. Und dann schaltest du halt nicht ein. Du darfst mich natürlich auch gerne deinen Freunde weiterempfehlen. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Oder eben nicht Leute, die meinen, sie müssen mich nicht abonnieren. Bis hoffentlich in einem nächsten Video. Und ciao.